Und sieht halt so, wie allradant. Der war gut. Das ist mein Neffe. Ich bin der Walter. Und ich bin auch ein Autofan. Na dann, was ist deine Meinung zu Elektroautos? Ja, das ist was für Demloks, stimmt's? Für wen? Äh, Demloks? Und, na ihr wisst schon, die sind immer so, öh, ich komm zu spät, weil es gab mal wieder keine freien Aufladestationen. Blödiges. Hier fahren alle Elektroautos. Und weißt du, wie Leute mit Verbrennermotoren sind? Öh, wie blöd. Jetzt hab ich in ein neues Auto investiert und kann damit nicht mal mehr zur Arbeit fahren, weil sie die Fahrverbotszonen verschärft haben. Ja genau, das sag ich dir nicht, Jordan auch immer. mit, was ich mal wiederholen. Oh. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020